Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Heute treffen in der MV-Liga aufeinander der SG Bansko Lezen und der HV Alten Treptow. Auch wenn der SG momentaner Tabellenführer ist und der HV nur auf dem 11. Platz rangiert, ist hier heute noch nichts entschieden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.